6 in 1. Der neue Arzt Vitality Wobblesmart ist ein Gleichgewichtstrainer aus Holz, dessen Auflagefläche sich in 6 verschiedene Schwierigkeitsgrade verstellen lässt. Das Training auf der instabilen Plattform verbessert Gleichgewicht, Haltung und Koordination. Der Wobblesmart besteht aus hochwertigem europäischen Buchenholz und ist made in Germany. Dank der rutschfesten Oberfläche kannst du sowohl mit Schuhen als auch barfuß trainieren, denn barfuß ist das Gleichgewichtstraining noch effektiver. Durch eine einfache Drehbewegung verändert der Wobblesmart seine Auflagefläche und kann so in verschiedene Schwierigkeitsstufen eingestellt werden. Dadurch ist er für jedes Trainingslevel geeignet und kann von Leistungssport bis Prävention oder Rehabilitation genutzt werden. Außerdem verfügt er an den Seiten über zwei Griffmulden für ein gezieltes Training der tiefliegenden Rumpfmuskulatur. Willst du mehr Stabilität und Sicherheit in Alltag und Sport? Dann mach dich fit mit dem Arzt Vitality Wobblesmart. Hast du Lust auf Training mit nachhaltigen Produkten von Arzt Vitality? Dann klick hier!